Sommer, Sonne, Freibad und wir stehen in Barca-Cedric. Öffentliches Training bei Borussia Dortmund zum Start in die neue Woche. Am Samstag geht es nach Bremen. Ein paar spannende Personalien haben wir zu besprechen und auch die Woche an sich bietet dann auch noch ein paar Highlights. Fangen wir mal mit dem Training an. Eine Überraschung war dabei, Zeru Gerasi tauchte auf einmal mit auf dem Trainingsplatz auf. Sah schon ganz gut aus. Ja, er hat den Platz mit betreten und schon gedacht, er ist jetzt dabei, erstmals mit dem Training-Kollegen auf dem Trainingsplatz und er hat auch die ersten, ich würde mal sagen, gute halbe Stunde hat er mitgemacht, war dann teilintegriert, so nennen wir es ja, bei den Übungen vor allem ohne Körperkontakt. Also da gab es am Anfang natürlich das obligatorische Warmmachen und dann so ein paar Passübungen, Dribbelübungen. Als es dann ins Pressing ging, da hat er auch noch mitgemacht, aber als es dann wirklich in Körperkontakt ging, hinterher gab es noch ein Spiel auf dem Halbfeld, da hat er dann noch individuell am Rand trainiert, ein bisschen gelaufen. Aber er ist wieder da, ein gutes Zeichen, man erwartet ihn natürlich sehnlich hier zurück. Und dann kann man glaube ich sagen, dass der Zeitplan, der er anvisierte, dass er da drin liegt, es wurde ja so indirekt zumindest kommuniziert nach der Länderspielpause, dann ist ja das erste Spiel gegen Heidenheim direkt am Freitag, da könnte er dann erstmals zum Kader zählen, wie es dann mit Startelf und so weiter aussieht, muss man dann gucken, dann geht es ja auch richtig los mit Champions League und so weiter. Darüber hinaus ein paar Spieler gefehlt, das sollte aber jetzt zumindest am Dienstag noch keinen Anlass zur Sorge geben. Genau, heute sind zwei Trainingseinheiten, einmal diese öffentliche Vormittagseinheit, die hat jetzt so gut eine Stunde gedauert vor Publikum, die ist ja in der Regel nicht ganz so intensiv wie das, was dann hinter verschlossenen Türen passiert, also heute am Tag gibt es noch eine Einheit. Heute Vormittag haben eben Gregor Kobel gefehlt, Jan Kuto, Sumaila Koulibaly, fünf Fans insgesamt, Julian Rajesson und Nummer fünf, warte, ich habe es mir noch aufgeschrieben, Nico Schlotterbeck, richtig, der ist hinterher zu uns gekommen. Genau, die fünf haben noch individuell im Funktionsgebäude ein paar Übungen absolviert, sollen heute am Mittag auf dem Platz stehen und wurden jetzt eben geschont. Nico Schlotterbeck war, wie gesagt, noch kurz in der Medienrunde da, hat Jusuf Amokoko noch alles Gute gewünscht für seine neue Station in Nizza, da sprechen wir gleich noch drüber und hat auch gesprochen über seine neue Position. Er ist ja jetzt verkappter Linksverteidiger, was hat er da gesagt? Er hat gesagt, dass es natürlich ein bisschen ungewohnt ist in dieser Rolle, aber er sich da durchaus zurechtfindet, ihm das auch durchaus gefällt. Er hat da Gefallen daran gefunden hat, dass Nuri Schein, dass diese Idee schon durchaus im Trainingslager in Bad Ragaz entwickelt hat, man da gemeinsam drüber gesprochen hat und sich natürlich jetzt in diese Richtung entwickeln will. Also er hat auch klar gesagt, es war natürlich gegen Frankfurt noch ein Stück weit zäh im Aufbauspiel, dass natürlich noch nicht alle Automatismen so greifen, der Rhythmus noch nicht der sein kann, der ja vielleicht ein paar Wochen ist, ist klar, aber er fühlt sich wohl in der Rolle und glaubt auch, dass Borussia Dortmund mit dieser neuen Art Fußball zu spielen auch Erfolg haben wird. Ja, auf jeden Fall eine spannende Personalie, weil wir auch ein paar andere Leute haben, die ganz gerne Linksverteidiger spielen würden. Warten wir mal ab, wie sich es taktisch in den kommenden Wochen dann auch entwickelt und Nationalmannschaft haben wir ja auch noch, mal gucken, ob er da auch wieder eingeladen wird. Dann kommen wir zu den Abgängen oder potenziellen Abgängen. Yusuf Amokoko war heute schon nicht mehr dabei. Der BVB hat dann auch offiziell mitgeteilt, kurz vor Beginn des Trainings, dass der Spieler freigestellt ist. Nach unseren Infos ist er jetzt gerade in diesen Minuten auf dem Weg nach Nizza, wird er heute den Medizincheck absolvieren und dann, falls das alles gut ausgeht, wahrscheinlich vom zeitlichen Ablauf her, da wird es wahrscheinlich morgen offiziell dann seinen Vertrag unterschreiben. Ja, was ziehen wir da für ein Fazit unter die Geschichte? Kann natürlich sein, dass er nochmal zurückkommt dann im nächsten Jahr, wenn es jetzt irgendwie eine Geschichte wird mit Kaufoptionen und nicht Kaufpflicht. Aber ja, dieses Projekt Mokoko ist dann ja irgendwie dann auch gescheitert, muss man so sagen. Ich würde zumindest sagen, die hohen Erwartungen, die er selber geschaffen hat und die man in ihn gesetzt hat über die Jahre, denn er war Outstanding im Jugendbereich, glaube ich, was die Trefferquote angeht. Er war immer im Prinzip seiner Zeit voraus, in den Jahrgängen immer höher gespielt, als er es eigentlich hätte müssen. Ich glaube, die Fallhöhe ist natürlich sehr, sehr hoch und wenn du das dann nicht einlösen kannst, eben in den ersten Jahren jetzt im Männerfußball, dann wird das eben so wahrgenommen, dass du sagst, man ist jetzt ein Stück weit gescheitert. Er ist natürlich trotzdem ein exquisiter Fußballer, aber bei Borussia Dortmund ist eben das Level auch ein besonders hohes. Der Konkurrenzkampf ist hoch und er hat sich eigentlich nie richtig durchsetzen können. Jetzt will er eben in Nizza, aller Voraussicht nach, und vorbehaltlich des Medizinchecks dann eben einen neuen Anlauf nehmen. Ich glaube, das ist gut. Nico Schlotterbeck hat auch gesagt, er hält das für den richtigen Schritt, weil er eben ein bisschen mehr Spielpraxis braucht. Ich glaube, es ist entscheidend für jemanden in seinem Alter, viel zu spielen, eine wichtige Rolle eben zu haben und die hätte er in diesem Kader nicht bei der Konkurrenzsituation mit Gerasi und Bayer. Allaire ist ja auch noch da, über den sprechen wir sicherlich gleich noch. Also insofern der richtige Schritt. Es wird ja wahrscheinlich eine Laie dann eben entweder mit Kaufoptionen oder Kaufpflicht für Borussia Dortmund, glaube ich, erstmal eine gute Lösung. Man kann immer noch gucken, wie entwickelt sich der Junge, je nachdem, was man vereinbart. Und für ihn sicherlich auch der richtige Schritt. Und die Frage, die ja so ein bisschen auch im Raum steht, ist Yusuf Ramukoko falsch beraten? Weil wenn man ihn so als Typ kennt, das tun wir ja gerade jetzt in Bezug auf die Aussagen seines Beraters, die waren ja dann doch sehr massiv und haben hier auch für ordentlich Staub aufgewirbelt im Hintergrund. Weil da erkenne ich ihn jetzt eigentlich nicht wieder in solchen Aussagen, die natürlich dann irgendwie auch mit ihm abgesprochen sein müssen. Ja, keine Frage. Also wir beide haben ja letztes Jahr, glaube ich, und zum gutes Jahr her ein Interview auch mit ihm gehabt. Er ist ja schon eigentlich ein recht reflektierter Typ, würde ich sagen. Eher ein introvertierter Typ. Und wie du es sagst, es passt eigentlich nicht so zu ihm. Die Aussagen von Patrick Williams waren ja sehr, sehr deutlich. Man hat dem Verein Vorwürfe gemacht. Das war ja nicht nur Kritik, das war schon derbe Kritik. Ja, dann auch über Romano, dann bei Twitter. Das ist natürlich auch die größtmögliche Projektionsfläche, die du haben kannst. Das ist dann gesteuert, natürlich. Man will eine Wirkung erzielen. Ob man sich damit einen Gefallen tut, sei mal dahingestellt. So ein Echo bleibt natürlich auch anderen Klubs nicht verborgen und bleibt immer ein bisschen hängen. Ja, es ist eigentlich ein bisschen schade, dass das Kapitel dann so unrühmlich endet, nach diesem Berater-Zoff und nach den Vorwürfen. Weil man Borussia Dortmund und Yusufa Moukoko war, glaube ich, über viele Jahre eine gut funktionierende Einheit. Und man hat sehr viel von diesem Jungen versprochen. Insofern ist der Abgang jetzt tatsächlich ein bisschen unrühmlich. Und was man sagen muss, ich glaube, Nizza ist jetzt auch nur so zweite Reihe, dann auch in Frankreich. Also klar, wir wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass er seine Karriere da so ein bisschen wiederbeleben kann. Aber so die erste Reihe, die man dir ja sich wahrscheinlich selber vorstellt, ist das nicht. Ja, es gab ja eben durchaus ja vorher schon die, hat man ihn in Verbindung gebracht mit Betis de Villa, eben mit Marseille. Wäre aber ungefähr das gleiche Kaliber gewesen. Ja, gut. Er spielt jetzt zumindest Europa League, League 1. Es muss ja auch nicht von Dauer sein. Vielleicht brauchst du einfach ein, zwei Jahre auf diesem Level, wo du gebraucht wirst, wo du eine wichtige Rolle hast, wo du regelmäßig ins Spiel kommst, wieder ein anderes Selbstverständnis entwickelst, um dann nochmal Schwung zu nehmen. Dass er große Fähigkeiten und Veranlagungen hat, glaube ich, ist allen klar. Gut, dann machen wir jetzt auch einen Strich drunter und kommen mal zu den weiteren Abgangskandidaten in erster Linie. Salih Ötchan, da ist der VfL Wolfsburg, glaube ich, doch stark interessiert nach unseren Infos. Und da haben wir auch, glaube ich, die Kollegen Kika, Wolfsburg, alle meine Zeitungen haben da auch drüber berichtet. Und Sumaila Koulibaly, das ist ein bisschen so aus dem Fokus geraten. Da war ja auch mal BTCW ja irgendwann vor Beginn der Asienreise interessiert. Da kam jetzt nichts mehr, aber ich glaube, da ist man auch noch darum bemüht, da eine Lösung zu finden bis Freitag. Ja, wie wahrscheinlich ist es, dass der BVB dann neben Mokoko noch weitere Leute abgibt bis Freitag? Ich sage mal so, die Hoffnung liegt bei 100 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit würde ich zumindest auch bei 70, 80 Prozent ansiedeln. Ich glaube, bei Sumaila Koulibaly steht die Zeichen klar auf Trennung. Wir stehen ja auch dann durchaus in Kontakt, haben uns ein bisschen umgehört. Der hat halt keine Lust, sich nochmal ein Jahr hier auf die Bank zu setzen. Warum soll er auch? Er hat bei Royal Entwerpen in Belgien ein Jahr gespielt, war da ein halbes Jahr Stammspieler, bis er sich verletzt hat. Hat alle Champions-League-Vorrundenspiele über 90 Minuten bestritten. Ist ja auch ein Spieler, der die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen konnte. Er konnte sich hier nicht durchsetzen, das muss man klar sagen. Hat aber trotzdem seine Qualität. Was soll er hier noch ein Jahr versauern? Also ich bin schon ein guter Dinge, dass da eine Lösung gefunden wird. Es gibt Interessenten aus Frankreich, aus Spanien, aus England. Ich glaube, das wird noch vermutlich auch auf den letzten Metern erst, aber da wird sich noch eine Lösung finden. Bei Salih Özcan, du hast das gerade angesprochen, der VfL Wolfsburg ist stark interessiert. Zuletzt hieß es ja auch, Hannover 96 wäre an der Laie interessiert. Ja gut, das wird dann finanziell schwierig, ne? Das wird finanziell schwierig und wenn ich ehrlich bin, wenn ich Salih Özcan wäre, würde ich vermutlich auch nicht zu Hannover 96 in die zweite Liga gehen. Da ist VfL Wolfsburg natürlich ein anderes Kaliber, die ihm eine andere Perspektive bietet. Aber wir hören eben auch, er fühlt sich hier sehr wohl. Er verdient hier nicht schlecht, die Stadt gefällt ihm. Klar, man hat ihm durchaus mitgeteilt, dass die Perspektive bescheiden ist aufgrund der hohen Konkurrenz auf seiner Position im zentral-defensiven Mittelfeld. Aber ich bin auch da optimistisch, dass das klappt. Gut, er war ja jetzt auch bei den beiden Spielen, das trifft ja auf alle drei Spieler zu, nicht im Kader. Von daher sind das ja schon dann auch klare Zeichen. Gut, Deadline Day haben wir natürlich im Blick. Gucken wir nochmal auf die andere Seite, Zugangsseite. So vom Gefühl her würde ich schon sagen, da könnte noch was passieren. Du hast ja eben auch eine Manta-Plattenwette abgeschlossen. Mit einem BVB-Mitarbeiter, den wir hier nicht namentlich nennen. Klären wir dann hinterher immer auf. Dass es noch was wird, ja, es ist eben die Frage. Ich glaube, ein Linksverteidiger würde Borussia Dortmund noch gut zu Gesicht stehen. Der am besten auch Innenverteidigung spielen kann und rechts. Ein variabler Verteidiger. Polivalent, Polivalent. So, ja, den zu finden ist natürlich die große Kunst, gerade jetzt auf den letzten Metern. Wir wissen nicht ganz genau, inwieweit der BVB da noch einen absoluten Kandidaten in der Pipeline hat. Ich finde tatsächlich, mit Rami Benzebaini und Almogera Kabar auf der Linksverteidigerposition in die Saison zu gehen, selbst wenn du jetzt womöglich erstmal mit Dreierkette spielst, ist trotzdem sehr, sehr dünne. Zumal Außenverteidiger, du hast klar, du kannst Rehasson noch links einsetzen, aber dann wird es natürlich auf rechts dann auch wieder dünne. Klar, auch da kann Süle spielen, aber wir verschieben jetzt schon und haben noch keine Verletzten, haben noch nicht die englischen Wochen. Also ich glaube, am ehesten würde sich da noch was tun. Und dann ist eben die Frage, zentrale offensives Mittelfeld vielleicht. Da muss sich da natürlich auch was darstellen lassen. Und gegebenenfalls musst du ja auch auf der Abgabeseite dann was tun. Das Budget ist jetzt auch schon durch die bisherigen Transfers gut ausgeschöpft. Zumindest wird es so kommuniziert. Mal schauen. Ich glaube, ein bisschen was wäre noch da auf der hohen Kante. Und ja, dann kannst du natürlich noch so ein bisschen rumspinnen, Donnie malen. Gibt es ja immer wieder Gerüchte, aber das müsste schon eine wirklich krasse Last-Minute-Nummer werden. Vor allem bräuchtest du dann natürlich auch entsprechenden Ersatz. Und das schaffst du jetzt, glaube ich, nicht mal eben am Freitagvormittag. So, jetzt bringen wir das mal eben über die Bühne. Also unwahrscheinlich, aber bei der Erfahrung des Deadline-Days haben wir schon einiges erlebt, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ja, und dann blicken wir noch auf das letzte Highlight dieser Woche. Also Bremen haben wir, Deadline-Day haben wir. Dann haben wir noch die Champions-League-Auslosung am Donnerstagabend in Monaco. Was ja eigentlich schon per se immer interessant ist, aber in diesem Jahr ganz besonders, weil es gibt nicht nur mehr Kohle zu verdienen, sondern es gibt auch einen neuen Modus mit zwei Spielen oder mindestens zwei Spielen mehr. Dann gibt es noch eine mögliche Playoff-Runde, dann werden es sogar vier Spiele mehr. Ja, und der Auslosungsmodus ist auch anders. Da wird nicht mehr gezogen, sondern läuft alles automatisch. Erklär mal kurz. Es gibt ja weiterhin die vier Lostöpfe. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ich hoffe, dass ich alles richtig parat habe, gibt es auch aus jedem Lostopf zwei Gegner. Du machst ja acht Vorrundenspiele gegen acht verschiedene Gegner. Und es wird immer nur ein Los gezogen. Und dann wird vom Computer durch die UEFA durch eine spezielle Software direkt das Restprogramm ausstaffiert und zugelost oder in irgendeiner Form zusammengestellt. Das sind ja dann auch Heim- und Auswärtsspiele im Wechsel. Also ein neuer Modus, mehr Spiele. Du hast dann ein Ligensystem, innerhalb dessen du dich qualifizieren kannst, direkt fürs Achtelfinal. Die ersten? Ich glaube, die ersten acht. Also wir haben auch noch einen Artikel auf unserer Seite. Einfach mal, wer da nicht so ein bisschen gerne reinfuchsen möchte, sollte das sich einmal zu Gemüte führen. Ja, ich glaube, die ersten acht oder die ersten neun. Die ersten acht, glaube ich. Und dann neun bis 24 Spielplayoffs und die anderen sind dann ausgeschieden. Es gibt keinen Abstieg mehr in die Europa League. Und noch zum Losverfahren. Also es gibt zwar theoretische Ausnahmen, die gibt es aber in dieser Saison auf keinen Fall, dass zwei Mannschaften aus den gleichen Verbänden, also Dortmund kann jetzt nicht mit Bayern, Leipzig, Leverkusen, Stuttgart in eine Gruppe kommen und maximal zwei Gegner aus dem gleichen Verband. Also zwei Spanien, zwei Frankreich, nicht mehr. Ja, und dann gucken wir mal, wie das so läuft. Dann geht ja dieses Jahr auch, oder dann bis nächstes Jahr, bis in den Januar. Also ja, ich bin da noch ein bisschen zwiegespannt, ob es jetzt besser ist oder nicht. Ich glaube, man muss mal erstmal eine Saison wirken lassen und dann kann man, glaube ich, einen Strich drunter machen. Da es mehr Kohle gibt, finden die Vereine das natürlich per se ganz nett. Ja, wobei ich glaube, du stößt jetzt wirklich, also mehr darf es dann auch wirklich nicht werden. Wir haben darüber auch schon in der Vorbereitung mit Carsten Kramer unter anderem gesprochen. Und natürlich gibt es mehr Geld und das ist immer gut in erster Linie. Aber ich glaube, die Kapazitätsgrenze und die Belastung für die Spieler ist wirklich erreicht. Du hast ja noch die Klub-WM, die sich auch direkt anschließt. Da warten auch nochmal Spiele. Je nachdem, wie weit du kommst, ist die Belastung schon enorm hoch. Denn die anderen Wettbewerbe sind ja weiterhin unverändert da. Und aus meiner persönlichen Sicht, du bläst die Wettbewerbe immer weiter auf. Und ja, so die Wertigkeit lässt dann schon nach. Ich meine, wir haben diese Saison fünf deutsche Vertreter in der Champions League. Das ist dann schon die Frage, ist das noch die absolute Königsklasse, ja oder nein? Gut für Borussia Dortmund, als Fünfter wäre es sonst nicht dabei. Aber ja, die Frage muss man glaube ich schon stellen. Aber ich gebe dir recht und bin auch der Ansicht, dass man vielleicht einmal erstmal abwarten muss, wie der neue Modus ankommt, welche Vorteile und welche Nachteile er mit sich bringt. Und dann kann man vielleicht ein Urteil fällen. Gut, und dann zum Abschluss blicken wir noch auf ein RN-Highlight heute Abend. Kurz darauf hingewiesen, Werbung in eigener Sache. Der 1909, der Schwarz-Gelbe Talk ist zurück. Ich weiß gar nicht, ist schon ein bisschen her, dass wir die letzte Ausgabe hatten. Heute gibt es auf jeden Fall die nächste Auflage, 1909. Dann wisst ihr auch schon die Anfangszeit. Zu Gast sind Lars Ricken, der neue Sportgeschäftsführer, der so neu jetzt auch nicht mehr ist. Der kann uns dann mal seine ersten Eindrücke schildern, wie die ersten Monate waren, was er hier schon angestoßen hat, was er anstoßen möchte. Den Umbruch, der BVB hat ja im Sommer durchaus viele spannende Personalien zu verkünden, über all das wird er sprechen. Außerdem ist dabei Kiel Wethjen, der ja im Frühjahr seinen Profi-Vertrag unterschrieben hat, hier heute beim Training dabei war, am Wochenende sein Drittliga-Debüt gegeben hat, von dem man sich hier viel erhofft, der perspektivischen Spieler sein kann. Das hat Nuri Schan ja auch gesagt. Der womöglich bei den Profis regelmäßig auftaucht. Und dann haben wir noch Sebastian Tirala, den Ex-Profi, heute Trainer von Türksport Dortmund in der Regionalliga. Auch der bereichert diese Runde. 19.09 Uhr, Livestream kostenlos bei uns auf der Homepage. Mit gutem Ton, versprochen. Haben wir nochmal dran gearbeitet, glaube ich. Haben die Kollegen zumindest gesagt, das warten wir mal ab. Wir versprechen nicht so viel, aber da wurde auf jeden Fall ein bisschen dran gefeilt. Ja, rohnachrichten.de slash BVB und natürlich dann auch in den kommenden Tagen alle Infos zum Bremen-Spiel. Wir sind immer hier, Deadline Day. Also es wird nicht langweilig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.